Man sieht jetzt hier links ist ein Baum und direkt daneben ist der Mond und was man da vorbeiziehen sieht sind Wolken. Dabei ist heute der 7. September 2014 abends gegen Viertel vor 11 Uhr. Den Mond mehr ranzoomen. Da sieht man den noch besser. Die Wolken sieht man auch gut und die Bäume sind richtig aussichtbar. Jetzt ist die Aufnahme unscharf, jetzt ist sie wieder scharf, man sieht sogar noch ein paar Wohnkrater. Und wieder rein. So ist der Mond schön in der Aufnahme drin. Versuche den nochmal so, dass ich nichts machen muss. Der hat den Vollmond, also gut wie Vollmond, schön in der Aufnahme drin. Ist zwar relativ hell, aber es geht. Der bewegt sich relativ schnell nach rechts. Obwohl das kein Zeitraffer ist. Sonst müsste ich mal täglich Mondaufnahmen machen. Also immer wenn ich das kann. Und jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen raus. Sieht man durch die Bäume auch wieder. Und hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Liked das Video, also Daumen nach oben. Teilen würde mich bekannter machen und abonnieren über das Video. Würde mich motivieren, um weitere Videos zu machen. Bis dann und ciao.